Immer die richtige Schuhwahl, die trifft Silvio Heinevetter laut eigenen Angaben. Um das zu beweisen, gibt es ein überraschendes Foto und das ist sogar textilfrei. Eine, die den Profi-Handballer so nicht mehr zu Gesicht bekommt, ist Ex-Freundin Simone Tomala. Im September 2021 wird ihre Trennung nach über zwölf Jahren Beziehung bekannt. Das hindert Silvio allerdings nicht daran, den Kontakt zu den Tomalas gänzlich abreißen zu lassen. Zu Simones Tochter Sophia pflegt er immer noch ein inniges Verhältnis, wie dieses Foto zeigt. Die beiden nehmen ein ulkiges Selfie auf, darauf neigt die Moderatorin ihren Kopf und legt ihn auf die Schulter von Mamas Ex. Was Sophia wohl zu dem neuesten Foto von Papa Heine sagen würde, wie sie ihn liebevoll nennt? Der würde vermutlich auch der Mund offen stehen bleiben. Schließlich radelt der 37-Jährige durch einen Flur völlig nackt. Nur ein Emoji verdeckt seinen Intimbereich. Ein durchtrainiertes Adams-Kostüm, das sich sehen lassen kann. Nur über die Schuwa lässt sich streiten, aber darauf achtet hier wohl niemand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.